Hallo zusammen, ich bin Afu. In der letzten Woche ist ein Freund zu mir gekommen und hat mir gesagt Yo Afu, yo man, what's going on? Tomorrow I will go from Shanghai to Frankfurt with the German Lufthansa, you know? And then man, I will take a Volkswagen and drive on the German Autobahn. Yo! Nein, nein, nein! Ist denn Deutsch wirklich so schwer? Ja, ich glaube ja nicht. Heute zeige ich euch mal, wie diese deutschen Marken wirklich ausgesprochen werden. Benche. Diese zwei字選擇 sehr gut, aber die Sprache und die Sprache sind ein bisschen anders. Es ist nicht nur Mercedes, sondern auch Mercedes-Benz. Oder, einfach mal, Mercedes-Benz. Ben, Ben, Ben. Ben, Mercedes-Benz. Yes. BMW Kirche Motorwerk fast gibt es nicht so schön den Titel ist sehr gut mit der Sprache es aufs Neumann oder W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-E Die falsche Sprache ist Völker Völker oder V-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Ich liebe diesen Produkt, die ich sehr gerne in Deutschland liebe. Als wir uns in Deutschland nachdenken, er hat mir gesagt, ich will einen Sögerlati! 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 Papa, der Sögerlati ist nicht mehr. Remova! Remova! Das ist nicht Renewa. Das ist das, was wir in Deutschland sehr gerne. Remova! Das ist so einfach. Das ist ein Deutschlander. Aber das ist ein Deutschlander. Das heißt, Mont Blanc. Mont Blanc. Das ist ein Deutschlander. Das ist ein Deutschlander. Das ist ein Deutschlander. Das ist ein Deutschlander. Wenn Sie nach Deutschland nachdenken, bitte nicht sagen, Hanzer, weil wir nicht hören können. Bitte sagen, Lufthanzer. D.H.L. 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 D.H.L.